Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video, hier ein weiteres Lowlight Test Video. In diesem Fall habe ich die Sony HDR-CX11E und hier wieder, wie das in meinen anderen Videos auch der Fall war, fahre ich einmal eine Strecke mit einer Videoleuchte ab und einmal ohne Videoleuchte. Zum besseren Verständnis, wir haben es kurz nach 22 Uhr und zwar am 21.05.2012, nur damit man so eine grobe Vorstellung hat, wie dunkel es wirklich ist. Es ist späte Dämmerung und eigentlich schon fast Nacht. So, also hier die Strecke mit Videoleuchte. Und jetzt nochmal dieselbe Strecke ohne Videolicht. So, also das war die Sony HDR-CX11E. Gut, hoffe ich konnte euch einigermaßen weiterhelfen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.